Düsseldorf, München, TV-Sternchen Evelin Burdecki, 35, hat erst kürzlich ihren Geburtstag auf der Münchner Wiesn gefeiert. Ein Lebkuchenherz der ganz besonderen Art könnte nun allerdings den Beziehungsstatus des TV-Sternchens verraten haben. Schon seit längerer Zeit scheint die 35-Jährige auf der Suche nach ihrem Traumprinzen zu sein, ist bislang allerdings noch nicht fündig geworden. So die offizielle Version, denn auf dem Münchner Oktoberfest, dort feierte die Düsseldorferin auch ihren Geburtstag, könnte sich dieser Zustand nun jüngst geändert haben. Mit einem Lebkuchenherz und breitem Grinsen im Gesicht, fast so groß wie sie selbst, posierte die Bachelor-Kandidatin vergangener Tage auf dem Festgelände. So weit, so gut. Richtig interessant wird es allerdings erst, wenn man einen genauen Blick auf den Schriftzug wirft. Für meine Traumfrau, aha! Ist die ehemalige Liesow des Kölschen Kult-Sängers Willi Herren, 45, etwa in festen Händen? Lediglich die Worte Happy Birthday to me Brezel rotes Herz schafften es in die Caption des zuckersüßen Schnappschusses. Fans sind sich über Liebesstatus einig. Neben unzähligen Geburtstags-Glückwünschen wie etwa von RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, 59, oder Filmikone Tom Gerhard, 65, machten sich einige ihrer Anhänger aber auch Gedanken um ihren Beziehungsstatus. Ich hätte es dir auch sehr gerne geschenkt, oder sie hat einen Freund Smiley mit Herzen als Augen wahr in der Kommentarspalte des Beitrags zu lesen. Führt die TV-Kult-Blondine ihre Fans tatsächlich hauchzart und liebevoll an der Nase herum? Ebenfalls für Spekulationen dürfte sorgen, dass Evelyn schon seit geraumer Zeit mehr kein Wort über die derzeitige Männerwelt verlor. Ein verheißungsvolles Zeichen? Ob die gebürtige Düsseldorferin schlussendlich wirklich in einer Beziehung steckt oder ob es einen männlichen Gegenpart zu ihrer offenen und kommunikativen Art gäbe, ließ die gelernte Fitnesstrainerin auf medienwirksame Art und Weise natürlich offen. Einziger Wermutstropfen für romantische Fans der 35-Jährigen, ihr Dirndl band sie hingegen auf der linken Seite. Bedeutet also, dass es im Leben der Quasselstrippe scheinbar doch noch keinen Misterreit gibt.